Berlin, die Hauptstadtmetropole Deutschlands, mitten im Herzen Brandenburgs. Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, eine Region mit Zukunft. Hightech-Unternehmen, Mobilität der Zukunft, Innovation in der Mikroelektronik, Halbleiterphysik, Hochschulen, Unis. Meine Stadt kombiniert Industrie- und Forschungsstandort mit Wohnen im Grünen. Alles auf kurzen Wegen. Der Regionale Express, die Hauptschlagader zwischen Berlin und Brandenburg und meiner Stadt. Aber schaut selbst! Hier gibt es Natur und Kultur pur. Idylle und Ruhe für die Familie. Und in die Großstadt Berlin kommen wir schnell genug. Verzichten muss ich hier auf nichts. Entspannung direkt zu Hause. Die Natur und all ihre Elemente sind hier praktisch zum Greifen nah. Vom Flugplatz aus geht es hoch hinaus in die Luft. Leben auf oder am Wasser ist hier fast selbstverständlich. Mehr als ein Dutzend Seen haben wir zur Erholung in unserer Umgebung. Sogar die kleine Ostsee haben wir vor der Haustür. Unsere Helene. Genauso das Feuer. Es schmiedete unsere Stadt und es ist der Puls der Region. Unsere Erde liefert genug Platz für meine Zukunft. Und auch seine. Von den ausgezeichneten Kitas über Schulen und die vielen Freizeitmöglichkeiten wird Familienfreundlichkeit praktisch gelebt. Schulen und Kitas liegen direkt nebeneinander. Die Arbeitswege hier sind kurz. Und auch der Weg zwischendurch, zum Beispiel zum Amt, geht hier flott. Das könnte deine neue Nachbarin sein. Apropos. Wohnen kannst du hier in deinem Haus. Oder einer richtig schicken Wohnung. Die sind hier echt bezahlbar. Und das sogar für junge Azubis. Dazu gibt es eine traumhafte Umgebung voller Natur und Geschichte. Ein Kloster mit echten Mönchen. Ein Radweg bis an die Ostsee. Freizeit, Musik, Sport, Kunst, Kultur. Vereine. Für alles, was das Herz begehrt. Tanzen ist hier ganz groß. In diesem Theater werden nicht nur Aufführungen und Filme angesehen. Hier werden Filme gedreht. Alles für die große Leinwand. Im Winter müssen wir nicht unbedingt verreisen. Spaß im Schnee und auf Skiern haben wir direkt vor unserer Haustür. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Aber eins noch. Arbeiten kann man bei uns in fast jeder Branche. Als Verkäufer, Ingenieur, Arbeiter, Entwickler, Stahlwerker, Papierproduzent oder Facharzt im städtischen Krankenhaus. Als Selbstständiger und direkt eine Firma übernehmen und, und, und. Musik Und jetzt verrate ich euch noch, wie meine schöne Stadt im Grünen heißt. Jetzt, Achtung, festhalten, Eisenhüttenstadt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020